Die Nerven liegen blank beim VfB Stuttgart. Das 0-3 bei Fortuna Düsseldorf war ein erneuter spielerischer Offenbarungseid. Dabei sollte mit Markus Weinziel alles besser werden. Als der Niederbayer die Stuttgarter vor dem 8. Bundesligaspieltag für Taifan Korkut übernahm, stand der VfB auf dem letzten Platz. Nach fünf Punkten aus sieben Spielen sah sich Sportvorstand Michael Reschke trotz vorheriger Kreuerschwüre für Korkut zum Handeln gezwungen. 14 Spiele später stehen zehn Punkte auf der Haben-Seite von Weinziel, also genau der Punkteschnitt von Korkut. Dass der VfB trotz der desaströsen Bilanz mit 15 Punkten auf dem Relegationsplatz steht, ist einzig und allein dem Unvermögen von Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg zu verdanken. Service Bundesliga-Tabelle Weinziel erhält Gnadenfrist. Der Ruf nach Konsequenzen wird immer lauter, auch bei den Fans. Die Tage von Weinziel als Trainer scheinen gezählt. Am Morgen leitete er dennoch das VIP-Training, gegen RB Leipzig erhält er eine weitere Chance. Markus Weinziel wird auch gegen Leipzig bei uns auf der Bank sitzen, ohne Wenn und Aber, erklärte Reschke am Rande des Trainings. Anzeige, jetzt das aktuelle Trikot vom VfB Stuttgart bestellen, hier geht's zum Shop. Das Weinziel, das Vuda wirklich noch einmal herumreißen kann, scheint trotz der Gnadenfrist unwahrscheinlich. Zumal die nächsten Wochen nicht unbedingt leichter werden. Die nächsten drei Auswärtsgegner der Stuttgarter sind Werder Bremen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Zu Hause geht es gegen Leipzig, Hannover und 1899 Hoffenheim. Wie lange halten die Klubverantwortlichen beim VfB noch die Füße still? Eine Entlassung Weinziels wäre auch ein Scheitern von Reschke. Es wäre der dritte Trainer, der seit Reschkes Amtsantritt im Sommer 2017 gehen müsste. Als ein Nachfolgekandidat Weinziels wird Markus Gestol gehandelt. Der Schwabe ist seit einem Jahr ohne Job, trainierte zuletzt in Hamburger SV, wo er Anfang 2018 beurlaubt wurde. Gestol wäre die kleine Lösung. Daneben steht aber noch ein ganz anderer Name im Raum, Jürgen Klinsmann. Ein Name, der bei den VfBs nach wie vor Euphorie auslöst. Klinsmann selbst hatte im Interview mit der Stuttgarter Zeitung erklärt, ein Job beim VfB würde ihn reizen. Auch seine Bereitschaft, unmittelbar in Stuttgart einzusteigen, signalisierte er. Mit Klub-Präsident Wolfgang Dietrich steht der gebürtige Göppinger in regelmäßigem Austausch. Klinsmann steht bereit wie Sport 1 aus dem Umfeld Klinsmanns erfuhr, stünde dieser weiterhin bereit, allerdings nicht bedingungslos. Und da genau liegt das Problem für Dietrich, bei einer Installation von Klinsmann müssten die Strukturen im Verein von Grund auf neu angeordnet werden. Reschke müsste dann gehen. Auch Dietrich selbst müsste dann Macht an Klinsmann abtreten. Allerdings weiß auch Dietrich eine Verpflichtung Klinsmanns würde auch seine Aktien bei den Fans wieder steigen lassen. Denn die Kritik der VfB-Fans richtete sich in jüngster Vergangenheit auch immer mehr gegen den Klub-Boss selbst. Neben Klinsmann taucht auch der Name Felix Magath immer mal wieder auf. Für Magath gelte allerdings das gleiche wie für Klinsmann. Es müsste deutliche strukturelle Veränderungen geben, denen Reschke dann wohl zum Opfer fallen würde. Dass sich etwas Grundlegendes ändern muss, ist deutlich. Das wissen auch die Spieler. Klare Worte gab es nach der Niederlage in Düsseldorf von Vip Torwart Ronne Robert Sieler, das war heute der Tiefpunkt. Gegen einen direkten Konkurrenten muss man sich mehr wehren, auch Daniel Didavi schlug in diese Kerbe. Eigentlich müssten wir denen das Geld zurückzahlen, so kannst du nicht auftreten, sagte er den Tränen nahe. Auch für Reschke wird es eng weint Ziel Will von seiner Mannschaft gegen Leipzig eine Reaktion sehen. Seine eigene Zukunft interessiere ihn nicht, erklärte er, er könne mit dem Team gut arbeiten. Klare Worte nach der desaströsen Niederlage? Fehlanzeige. Gegen Leipzig erhält Wein Ziel eine letzte Chance. Sollte die erhoffte Reaktion seines Teams ausbleiben, sind seine Tage beim VfB wohlgezählt. Punkt. Und möglicherweise auch die von Reschke. Punkt.